so einfach aus Wut zerschlagen wie kriege ich mein Wohlbefinden? mit Vitaminen hat jemand noch Federn? ja ich habe abgelegt eigentlich weil ich habe jetzt mal Stahlbeispitzen hergestellt gut oder? ok Wohlbefinden plus 1 wie kann ich das weiter steigern? es geht einfach nach einer Zeit das gibt es auch wieder ok ok Infernus du zuerst hier sind deine Holzstufen die 20 Stück hier neben dir und bei dir wo bist du Schatz? du bist nicht mehr hast du deine Treppen mitgenommen? Infernus hast du deine Treppen mitgenommen? wo waren die? schau mal in deinem Inventar die du geholt hast ja habe ich ok gut mir fällt mir jetzt mal eine Türe so bauen Schatz wo bist du? ich bin hier die spitzen Stämme habe ich noch nicht fertig gemacht vorher jetzt hat es abgebrochen unterm sterben sozusagen klingt komisch ist aber so krass na scheiß ich kann ja auch noch ich mach gleich diese Scheiß hohen auf das merkt so ok bäh und ich wollte eigentlich das machen das ist das ist das 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 da habe ich Schnee reingemacht hier kann kein Holz mehr nein zum Glück habe ich hier noch ein bisschen was drin ist jo das brauchen wir jetzt nicht verdammt das äh Schneezurten das geht auch ich glaube ich sehe äh das habe ich gerade probiert ok nein nein ok habe ich sorry kannst du nicht mit der Armbrust machen? doch auf aber Sekunde ich habe schon ok ok Ambrust sagst du Ambrust Ambrust Lederholz und geschmiedetes Eisen Lederholz geschmiedetes Eisen Lederholz geschmiedetes Eisen genau das gleiche ich mache jeden mal eine Armbrust ich habe nicht Leder und geschmiedetes Eisen Falsch Falsch wie Armbrust nice jo ähm Leder brauchen wir nur wir müssen glaube ich erst aus Tierhaut Leder machen wie geht das? das geht das geht unter Lederhaut oder sonst die 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 das Am besten mit der Tür Tag 13 und es ist 3 Uhr früh, das heißt es ist noch Zeit, das ist glaube ich was in der Herstellung auch noch, ja voll diese Spikes dauern ein bisschen, das heißt wir gehen mal kurz bis die fertig sind und dann bauen wir mal zu Ende aus und dann müssen wir schauen was wir machen, es gibt immer was zu machen. Hör auf, du kommst die Kombi! Nein kommst du nicht. Ja klopfen, das ist klopfen du willst Leute, das ist ein Geräusch! Oh Mann, ich krieg mal Schmerzen! Oh Mann! Hahaha! 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 Wie der aussehen wie von der Hütte an! Die Frisur! Hahaha! 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 Was für den Töckling gestart man! Hahaha! Hahaha! Nein! Hahaha! Oh Mann! Wie geil! Hahaha! Äff ist der Töckling! Äff ist der voll auf, voll auf den Türmann! Die Fackling! Ja, okay! Machen wir mal die Töcke irgendwo hin, hängen die mal hin! Hängen die mal hier hin an die Tür oder so! Oder so! Ja, das macht alles Geräusche! Und an der Tür! Oh Mann! Und an die Tür! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, da sind wir schon wieder. Ein übelst böser Deck, ja. Infernus, was hast du davor? Ja, Mann, ich mach schon. So, ich glaub, Alter, die sind immer noch nicht fertig. Diese Holzplöcke, die brauchen richtig, richtig lange. Und die brauchen richtig, richtig viel Holz. Warte mal. Ich gebe dir mal die Hälfte des Bikes. Na, hab ich dir schon gegeben, gell? Sieben Stück noch, ein paar Sekunden, dann sind wir soweit fertig. Ich kann dir eigentlich schon mal die Hälfte geben. Dann schleif bitte, dann sag ich, ob du dich ziehst oder nicht. Hier. Hier. Ich bin oben, die Trette geht hier ganz gut. Bitteschön, einmal hier da kommt der rein. Fein. Hast du eigentlich die Air Drops schon an? Ja, die Air Drops habe ich an. Ups. Auch jetzt hat er wieder zugeschlagen. Äh, hallo? Sehe ich aus wie ein Zombie? Gute Frau. Herz, mittels Herz. Warum? Warte, jetzt kannst du zuschlagen. Ich warte, ich durfte nicht auf. Hallo, Horde. Was, war da eine Horde? Ja, lass dir heute Zeit. Ich sperr mich nicht so. Wenn wir Sechse haben, dann mache ich die Brücke auch mal ein bisschen heller. Wir mussten Gelände drumherum. Das geht doch nicht. Aber, dann sieht man nichts mehr. Es gibt ein Geländer, das ist einfach nur hier so ein bisschen. Ach so, also keine Holzblöcke, sondern ein richtiges Geländer, oder wie? Ja. Schatz, warum schlägst du auf unsere Holzwelle ein? Bist du irgendwie im Tötungsrausch? Kann das sein? Okay, ich stehe schon in den Stadion. Nein, da renne ich nicht mehr. Nein, da renne ich nicht mehr. Das habe ich gelernt. Nie wieder. Werde ich um diese Ecke da rennen. Die Lecks sind nämlich echt ziemlich bitter. So. Yo, survival. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach dir noch einen schönen Sonntag. Hau rein. Tschüss. Tschüss von meiner Frau. Ich habe sie gesagt ganz leise. So. Äh. Ah, es ist gleich Sex. Okay. Sex. Was kann man denn damit machen? mit der Blutkonserve eigentlich? Das ist 6er. Okay. Die Braustüge. Gut, dann mal los. Lass man schwimmen gehen. Mhm. Ein weiterer Schwimmer. Haken, soll ich es tun. Mhm. So ungefähr. So. Das wollte ich ja schon die ganze Zeit machen. Mhm. Gut. Äh, ich muss jetzt mal komplett ausgutigen. Mhm. Und vielleicht noch hier eine... Nein, nicht so. Ich will keine Schweden entfackeln. So. So. Die Schwertheit, das ist okay. Und so. wird aufkaufen ich war auch oben aber ich habe gleich noch dieigkeit dazu und jetzt ganz wichtig die holzweigs an dieser seite das ist nämlich echt zu wenig im prinzip eigentlich nicht aber die werden genau und die sind halt dann schneller und danach füße halten halt was also ich muss auf den verholt scharmen sobald ich so was dann ich habe gerade den bogen mit 156 scharmen okay